Was ist das nicht so ein Invader-Geist? Ist das nicht so ein Invader-Geist? Ist mal ohne Spaß. Oder hab ich einfach nur den Moment übersehen, wo der Kollege gesagt hat, hey du wurdest invaded. Kann ich irgendwo sagen. Das mit dem Backstab, ne? Dann hatten wir, glaube ich, nochmal. Wer ist denn das? Bin ja mal gespannt, wenn das ein NPC ist, ne? Dann bin ich gerade... Ich hab mir auch noch verwecken lassen. Interessant. Ähm... Naja, ne, keine Ahnung. Warum wurde der denn nicht angekündigt? Auf einmal steht einfach einer hinter mir. Was soll denn sowas? Boah... Spiel bitte. Selbst wenn du NPCs spawnst in diese Welt, ja? Dann kannst du... Als Invader, dann kannst du mir das doch bitte, bitte ankündigen, bevor du da direkt hier zum Hammer ausholst. So was haben wir denn eigentlich hier hinten noch? Man soll ja nicht nachsagen, dass ich nicht gründlich hier durchgehen würde. Ach... Wie da ein Zauberer, der auf mich zaubert, wie da mehr spinnen... Zieh dich Spinner. Ich hab überhaupt nen Weg. Ah, ich glaube nicht. Ne, ich glaube irgendwie nicht. Dann gehen wir doch mal lieber hier rein. Um herauszufinden, dass... Wo sind wir denn jetzt, ja? Oh mein Gott, das ist ja alles... Das Problem an diesem ganzen Gebiet ist halt auch schon wieder, dass hier alles wieder so super gleich aussieht. Leute... Kann ich eigentlich nachsagen? Na, der lebt noch, oder was? Ich bin auch ein ekligen Scheißspinnen, ey. Fuck, einfach. Ich dachte, dieser Raum war mal wieder ganz offensichtlich ein Nutz. Kohlenartiges Harz. Tod wird benötigt und dann wird Tod wird... Ja, da war mich nicht voll. Hier ist ganz offensichtlich wieder mein Weg. Nach unten. Okay, die Tür macht man auf und dann kämpft man, wie man gerade gesehen hat an dem... Oder man kämpft noch nicht, hallo? Wo sind die Gegner? Hier ist ne Fackel. Oh, ich take that one, I just... Zum... Vielleicht hat der... Ach, Nerven sind Spinnenmännische. Ist das eklig. Komm, verzieh' dich nach unten, da wo du hingehörst. Ach, guck' an, wo wir jetzt sind hier. Naja, ich versteh' ja. Schützenposition. Oh, da war auch schon wieder so ein Insekt, ey. Und so die Insekten kann ich halt sowieso nicht töten, ne? So ein Titanitbrocken. Da ist ein Zauberer. Komm, wie die Position für'n Zauberer? Aber Schützenposition ist gar nicht mal so verkehrt. Okay, aber ich habe übrigens immer noch diese Scheiß-Axt hier ausgewählt. Die echt kein Mensch braucht. Ich kann aber eigentlich auch mal gucken. Also rein theoretisch dürfte man die komischen Viecher hier nicht vergiften können. Allein aus der Tatsache, dass es halt Spinnen sind und... Spinnen sind giftig und so. Und vergift... also... Sachen, die giftig sind. Ah, toll, jetzt ist er halt runtergedruckt. Ja, aber ich liebe das mit diesem Ziel-Ding. Aha, jetzt ist er vergiftet. Er wird dann wahrscheinlich früher oder später dran verrecken. Ja. Hast du schön gemacht. Hast du schön gemacht. So. Jetzt. Mehr Spinnen-Menschen. Warum ist der denn schon so low hier? Ah, und noch mehr Spinnen-Menschen, alter. Kann das nicht mal... Kann das nicht irgendwie mal... Ein friedliches Ende nehmen hier? Ich glaube wir uns von hinten... Boah, da ist ja noch einer. Er hat auch irgendwie so einen gummigen Kombo-Angriff. Oh, was denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, nein, nicht durchs Fenster hier zaubern. Ey, das finde ich jetzt genau gar nicht cool, um ehrlich zu sagen. Okay, jetzt ist wieder hier ein gummiger Kombo-Angriff. Jetzt verrecke bitte einfach. Alter Schwede! Warum ist denn da noch so ein behinderter Zauber? Große zieht die da nicht. Tja, aber lassen die droppen. Oh mein Gott, die lassen die alle droppen? Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, der Zauberer hat sich irgendwie in den Luft aufgelöst, weiß ich nicht. Ah, Mann. Ist irgendwas, was ich zielen kann. Hoffentlich sagt mir das Spiel auch, was mir das bringt, dass ich das dran ziehe. Oh, ich verstehe. Cool. Hä, wo war denn die Truhe versteckt bitte? Da bin ich ja dann... Oh, Mama, ich muss da reinlaufen. Komm schon, ja. Alter, das ist wieder mal nicht so leicht, der Sprung. Oder... Ach komm, weißt du? Das mit dem, mit dem... Naja, wo springst du denn hin? Zu dem Sprung hat eigentlich noch nie wirklich gut funktioniert. Ach Gott. Weil er dann halt immer, bevor ich die Sprung-Taste nochmal drücke, hat er halt schon wieder aufgehört... Oh ja, egal. Nicht mal drüben. Ähm, hat er schon wieder aufgehört zu laufen. Oder Scheiß einfach. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir... Nicht viel, okay. Dann halt nochmal. Ritualwand des Südens. Plus eins. Ist wahrscheinlich ein Ring. I just... Nein. Ähm... Jetzt müssen wir uns allerdings wieder mal fragen... Ach ja, das Ding ist das... Glaubt ihr auch mal... Ach, langweilig. Langweilig, langweilig. Öffnen wir doch mal die Tür. Wir gucken, was uns dahinter erwartet. Nicht... Nicht viel, obviously. Wir kommen ja sehr wahrscheinlich zu diesem... irgendwelchen Zauberer. Wo ist der Zauberer da jetzt hin, nochmal fragen? Okay, irgendwo muss er sein. Ach Leute, von dahin schießt einer auf mich. Ah ja. Okay. Wie dem auch sein. Gehen wir dann jetzt mal hier runter, würde ich sagen. Verbrechen nochmal kurz hier diese... Armee von Fichsviechern. Fichsviechern? Ich frage mich halt ernsthaft. Aber der hat halt nicht invaded und nix einfach. Also der... Es gab... Es gab keine Anzeige dafür. Das hat mich so genervt. Ja, natürlich. Du bist tot und dann machst du trotzdem auch Morgs. Was denn jetzt... Ach, die Spinnen aus dem Haus. Na, geiler Scheiß. Was? Dieser dicken Zeherwichte. Hier geht's ja nicht. Was ist eigentlich dem Haus? Das... Ach man, da ging's auch eben oben weiter, ne? Ah. Es ist gut, dass dieses Gebiet mal wieder gar nicht verwirrend ist. Nee, nee. Nee, nee, nee. Moment. Was haben wir hier denn noch? Hier ist auch noch ne Tür. Zu schwer zum Öffnen, ernsthaft? Ja. Die Tür sieht jetzt nicht sonderlich viel schwerer aus, als... Ach man, vielleicht bin ich einfach zu schwer angezogen, um die zu öffnen, ne? Das macht halt herzlich wenig Sinn, aber... Probieren wir's einfach mal. Zu schwer zum Öffnen. Hm. Gucken wir doch mal weiter. Oh oh. Jetzt... Gegner wäre ganz blödes Timing. Äh... Wie viel Gewicht haben wir denn gerade noch? Fast nichts. Okay. Fast nichts. Zu schwer zum Öffnen. Ich glaub, ernsthaft die Tür ist gemeint, die zu schwer zum Öffnen ist. So, jetzt wird's lustig, weil ich hier natürlich nicht gemerkt habe, was ich gerade eben alles anhatte. Äh... Ne? Ich muss nur gucken, dass ich dann am Ende der Tage wieder auf... Ah ja, ich hatte mal den Sneak-Nutern, das weiß ich noch. Ich bin am Ende der Tage auf... ...unter 50% Gewichtkammer. Drangliak. Hm. Glaub ich hatte fast überall das... Äh... ...hier, das Banditen-Zeugs noch an. Moment mal, ne? Wäre egal, ne? Wäre egal, hätte ich ziemlich sicher nicht an, oder? Hm. Boah. Ich hätte mir das vielleicht vorher merken sollen. Das wäre geschickt gewesen. Ach. Ach, scheiß noch die Wannen dann. Zieh mir einfach irgendwas an. Wie wär's mal mit... ...ne Willen-Infanterie? Willen-Infanterie ist bestimmt keine gute Idee. Nee. Ich hätte auf jeden Fall geschlossene Beine. Ja, so. So, da sei eh nicht. So, jetzt brauchen wir noch die Waffen. Irgendwo ist das Langschwert plus... Ne, hier. Plus das Schwert da. Plus 5. Hm. Gut, die zweite Waffe variiert ja immer so ein bisschen. Und fürs Schild brauchen wir... Da weiß ich zumindest, wie's aussieht. Das hier, glaub ich, ne? Wie das hier. Das Drangleic-Shield hat halt 100. Blockt 100%, ne? Ist das denn so viel schwerer? Naja, um 2 schwerer. Wow. Das ist schwerer als das. Oh, er doch. Ah, okay. Kann man nachvollziehen. Seht zwar um einiges uncooler aus mit dem Schild, aber... Das ist glaube ich übrigens das erste Schild, das wirklich 100 blockt, ne? Dann blocken alle deutlich weniger. Wie viel hält das aus? 70? 80? Das ist jetzt auch nicht so der krass Unterschied. Na gut. Dann nehmen wir doch mal das Schild hier. Ist auch wieder ein kleines Schild. Kleinen Schilden komme ich eigentlich am besten klar. Okay. So viel dazu. Das heißt. Ah, keine Ahnung. Oh, hier liegt noch ein Item. Also hier war ich gar nicht drin. Was? Titanic brauchen. Das ist gut. Nicht aufgeben, Skelett. So, nicht aufgeben, Skelett. Achso. Hm. Tja dann. Bei Skeletten reicht es halt schon, wenn man drüber läuft und dann bin ich kaputt. Aber ich kann nicht davon. Wo komme ich denn dann eigentlich? Oder komme ich von hier eigentlich? Nee. Boah, ich bin so verwirrt. Ich muss nachher dann nochmal den anderen Weg gehen. Um zu wissen, von wo ich denn überhaupt gekommen bin. Oh, Moment. Es ist schwer zum Öffnen, wenn ich das hier nicht einfach... Ja. Ich bin klug. Okay. Also anscheinend war wirklich eine ganze Menge Druck einfach auf dieser Tür. Das würde aber auch heißen, dass in diesem Raum hier nichts drin bleiben dürfte eigentlich. Ist es auch nicht. So. Na, komm. Scheiß auf den Gegner da hinten. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wenn man was hier ist, wenn jetzt hier wieder zu viel Druck auf ist. Na. Obviously not. Und hier sieht schon wieder was feiner aus. Verschlossen. Kann ich die töten? Okay. Ich war gerade am hören, ob da eventuell ein Gegner kommt. Der mir die Tür von der anderen Seite aufmacht. Weil das hatten wir nämlich auch schon mal. So. Jetzt weiß ich natürlich... Alter, kann dieser Typ hier bitte mal sich verpissen? Dankeschön. Natürlich, dass da hinten noch so ein ekliges Scheißfisch ist. So. Jetzt ist aber wieder die dicke Frage. Werde ich hier da invaded? Aber insbesondere, ich war ja nicht mal ansatzweise full live. Wo kam der denn her das letzte Mal? Das ist aber ein Witz. Boah. So ein doofes. So ein doofes. Ähm. Bein aus der Rand draus. Ist ja etlich. Blutflecken. Blutflecken wollen wir mal nicht. Ignoren. Ja. Okay. Der ist einfach im Kopf gestorben. Der sei kann, dass hier irgendwas doofes passiert. Der ist. Oben. 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 Sehe nicht, was mir oben nun sagen soll. Hinterhalt voraus, deshalb Vision vor oben. Ach da. Da oben. Sag das doch. Oben. 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 Oben.